Was machst du denn? 20 cm Warum? Wir machen einen Junggesellnerabschied! Heiratest du? Nein! Heiratest du ich? Nein! Nur Spaß! Komm raus! Junggesellnerabschied ohne Junge! So, was ist das? Kannst du nicht vergessen Da hast du dich vermessen Wie kannst du sowas? Warum machen wir das? Also, als erstes du brauchst Alkohol Ja, bitte Prost! Ach du Scheiße! Oh fuck! Davon hab ich mal gekotzt Ich hab noch eine Überraschung für dich Es ist ein Junggesellnerabschied Was fehlt denn noch? Wer kommt jetzt noch? Mein Vater Was ist das? Langsam ist gar nicht mehr so schlimm! So, ich bin jetzt auf Temperatur getrunken Ich bin bereit für die erste Aufgabe Dann ist es schneller vorbei Und du machst es auf jeden Fall Auf jeden Fall Egal was hier steht Egal was die Probleme ist Du machst es Du machst es Ja, ich mach es Komm, gib es mir! Was ist es? Du musst Nein! Nein! Du machst es auch klein Hier Passe! Ah! Geil! Such dir ein paar Freundinnen Und trinke mit ihnen Schnaps Oh, das trifft sich gut Ich hab so lange keinen Schnaps gespoken Alles klar Ich suche Frauen zum Schnaps trinken Wer möchte jemand Schnaps? Wollt ihr Schnaps trinken? Ja! Ja! Der kommt rein, Mann! Oh, 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 oh! Wollt ihr nicht einsteigen? Wir brauchen noch Basi-Freunde Nein, wie cool ist das! Wuhu! So, weg damit! Oh, nein, was... Geil. Hörst du! Warum sind Sie noch alleine unterwegs? Haben Sie nichts zu ficken abgekriegt? Es ist halb 1. Na, Baby, was gedacht? Na, Baby, was gedacht? Steige an der nächsten roten Ampel aus und benutze die Ampel als Pole Dance Stange. So, und das war's mit Reisern. Du bist so heiß wie ein Vulkan. Und heut verbreit ich mich. Jeder Mann nennt dich Sweet Lady Sauber. Ja, was ist denn? Du kriegst heute Licht erdreht. Wie Feuer, wenn du die Welt nicht so mehr vergisst. Ja. Arschparade. Der Arsch aus dem Fensterheim. Okay. Arschparade. 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 Seid ihr los, der Arschi? Das sind ja auch keine Arschi. Oh mein Gott, wir suchen euch seit 1000 Jahren. Lasst Schnaps trinken, Leute. Was ist los? Wir haben auch Schnaps. Wer heiratet denn von euch? Ich. Du bist doch erst 15. Kondome, Lutcher, alles. Kondome, Lutcher, das ist doch das Sinn. Kondome mit Du. Wo sind die Kondome? Muffingeschmack. Kondome mit? Blueberry. Blueberry Muffin? Aber ihr seid gar nicht so asozial. Wir sind aufs Leverkusen. Ach so, ihr steht auf Schwänze und nicht auf Musen. Hallo. Wir sind hier aus dem Bad. Feier Leverkusen. Das war der schönste Abend. Ich wusste, es gefällt dir. Das wusste ich. Ich bin jetzt jede Woche eine Lohgesellin. Lohgesellin geht los. So. Lohgesellinnen Abschied machen. Weil das so geil ist. Und jetzt? Ich bin am Strand. Gehen wir noch ins Video an Steffen, ihr Freunde. Ja! Ja!